Gold- und Goldminenaktien haben eine beeindruckende Rallye erlebt. Interessant ist, dass der hohe Goldpreis, und er liegt mittlerweile bei über 2700 US-Dollar, nicht von der hohen Nachfrage der Privatanleger und der institutionellen Anleger verursacht ist. Und spannend auch, Goldminenaktien sind auch stark gestiegen und immer noch extrem günstig bewertet. Wir erklären im folgenden Interview, warum es sinnvoll sein könnte, auch jetzt noch auf den fahrenden Zug aufzuspringen und welche Chancen Gold- und Goldminenaktien jetzt noch haben, und zwar mit dem Kapitalmarktstrategien und Portfolio-Manager Stefan Schradau. Schönen guten Tag, Herr Schradau. Schönen guten Tag, Herr Kerscher, hallo. Herr Schradau, fangen wir mit dem Gold an. Gold hat seit Jahresanfang ähnlich starke Zuwächse verzeichnet wie Technologiewerte. Was macht denn Gold derzeit so attraktiv? Ja, anders als in vergangenen Bullenmärkten für Gold sind eben, wie Sie in der Anleitung schon sagten, nicht die Finanzinvestoren der westlichen Welt zuständig für spekulativen Kursanstieg und auch nicht, dass in diesem Umfeld immer die vorhandenen Zinssenkungen und andere Rahmenbedingungen, sondern, und das überrascht eben auch viele, ist es mehr die Geopolitik und dort ein starker Treiber ist, dass China, Russland und zuletzt die Türkei auch sehr starke Goldkäufer sind, nicht zuletzt getrieben als Absicherung, als Hedge gegen geopolitische Risiken, aber auch dadurch, dass im Rahmen des Ukraine-Russland-Krieges man gesehen hat, dass US-Dollar als Reservewährung nicht so sicher sind vor dem Zugriff und man sich raten möchte, falls man mal auf der falschen Seite steht in einer Auseinandersetzung mit den USA und seitdem wird massiv Gold gekauft von den Notenbanken, vor allem aus den Schwellenländern. Das heißt, diese Notenbanken aus China, Russland und der Türkei, die kaufen physisches Gold, um sich sozusagen abzusichern, ist das so? Ganz genau so ist es, ja. Größter Goldbesitzer ist natürlich immer noch die USA. An zweiter Stelle, das überrascht viele unserer deutschen Mitbewohner als Deutschland, zwei größter Goldbesitzer, weil die Zuwächse, die entstehen in dem Bereich und das sind wirklich physische Käufe, die den Preis massiv treiben. Und vielleicht nochmal zur Erklärung für all jene, die es nicht genau wissen. Warum ist es für diese Länder, China, Russland, Türkei, denn attraktiv, eher auf Gold als auf US-Dollar zu setzen? Sie haben gesagt, sie wollen sich gegen einen Zugriff schützen. Was genau meint sie damit? Ja, sie haben ja, jetzt in Russland im Rahmen der Sanktionen wurden ja ausländische Gute haben schlicht gesperrt. Also da reden wir über hohe zweistellige Milliardenbeträge. Und traditionell haben sie als Reservewährung den US-Dollar immer noch sehr dominant. 59% aller Währungsreserven weltweit sind in US-Dollar. Und sie haben eben auch viele ausländische Investments dann in US-Dollar. Also egal, ob jetzt Aktien sind, ob es Anleihen sind und so weiter. Und da hat man halt gesehen, dass es sehr schnell gehen kann, dass man dann eben nicht mehr darauf zugreifen will. Und wie Reservewährung schon sagt, wenn man sie zur Reserve haben, werden mal harte Zeiten kommen. Und Gold ist tatsächlich ein sehr hoch liquider Markt und ist seit Jahrtausenden bewährt. Und wird ja auch von vielen eben als Währung angesehen, ja, tatsächlich. Und zwar eine, die länder- und kulturübergreifend, zwar, wenn man es genau nennt, hat Gold ja keinen substanziellen Wert. Es erzeugt keine Dividende, es ist auch industriell nicht mehr wichtig, in der Zahnmedizin nicht mehr wichtig. Historisch ist es der größte Preistreiber im Gold, wie die Erntesaison in Indien gelaufen ist, weil danach kam die Hochzeitssaison und dann hat man, je nachdem wie es lief, viel Gold verschenkt. Aber all diese Dinge, das ist alles ja sehr emotional. Aber wenn diese Emotion in einem Investment über Tausende von Jahren etabliert ist, führt es natürlich dazu, dass sie überall auf der Welt hoch liquide Gold handeln können, relativ leicht zu verwahren ist. Es hat ja einen sehr, sehr hohen Wert für, sagen wir mal, das physische Gewicht, das es hat. Und von daher ist das ein Zufluchtsort, sage ich mal, der etabliert ist und zwar überall. Das sieht man ja auch bei den Namen der Länder, die kaufen. Das ist ja über den ganzen Erdball. Okay, ich habe verstanden. Also es sind die geopolitischen Risiken, die derzeit den Goldpreis so sehr treiben. Aber wie sieht es denn aus mit den Zinsen? Der also jetzt quasi gerade begonnene Zinssenkungszyklus, könnte der den Goldpreis auch zusätzlich und weiter beflügeln? Und welche Rolle spielt überhaupt die Zinspolitik generell für Gold? Ja, das ist historisch tatsächlich ein wichtiger Punkt gewesen, wenn man den Einfluss der Finanzmärkte auf den Goldpreis beobachtet und bewertet hat, weil Gold wert als Wertaufbewahrungsmittel gesehen. Und auch ein typisches anderes Wertaufbewahrungsmittel sind eben Staatsanleihen mit kurzen Restlaufzeiten. Also Hochliquide mit relativ wenig Marktrisiko, also sprich Zinsveränderungsrisiko. Und wenn Sie Wertaufbewahrungsmittel suchen und Sie haben auf der einen Seite Gold, was ja keine Zinsen zahlt und Aufbewahrungskosten verursacht. Und auf der anderen Seite haben Sie dann Staatsanleihen und Anleihen, die Zinsen produzieren als Wertaufbewahrungsmittel, also einen ordentlichen Ertrag und sehr leicht und kostengünstig verwahrbar sind, dann haben Sie da eine gewisse Wechselwirkung. Das heißt also, umso niedriger der Zins wird und ist bei den kurzfristig vor allem laufenden Anleihen, desto attraktiver wird Gold, weil dieser Vorsprung schmilzt im Grunde genommen und man dafür andere Absicherungselemente in Gold hat, wie in der Geopolitik oder auch gegen die überbordenden Schulden letztendlich, was auch ein Treiber ist, dass man sich da langfristig natürlich zunehmend Sorgen macht, wie das alles bezahlt werden soll, die Staatsschulden, die bestehen. Und das hat man eben an Gold alles eben nicht. Und deswegen ist es so die relative Attraktivität. Umso niedriger die Zinsen, desto mehr schwindet der Vorteil von Anleihen als Wertaufbewahrungsort für Vermögen und desto attraktiver wird Gold und das wird auch weiterhin Rückenwind verleihen. Lassen Sie uns auf die Goldminenaktien schauen, also auf Aktien von Goldminenbetreiber. Die sind derzeit ja immer noch sehr, sehr günstig bewertet, obwohl sie seit Jahresanfang ja auch schon eine ordentliche Rallye hingelegt haben. Und das Interessante daran ist ja, dass das Produkt, das sie quasi herstellen oder fördern, Gold, für alle Unternehmen gleich viel kostet. Und auch die Produktionskosten sind relativ gut kalkulierbar. Warum wurden diese Aktien bislang denn eigentlich so defensiv und so günstig auch bewertet? Der Mining-Sektor generell, und das ist auch über den Goldminen- und Silberminenbereich hinausgehend, also auch für Basismetalle, andere Rohstoffe, sogar für den Energiebereich, also Öl und Gas. Der Mining-Sektor hat ein recht schlechtes Jahrzehnt hinter sich. Das resultiert daraus, dass in den Nullerjahren der Bereich an der Börse unheimlich geboomt ist, sehr viel Geld da reingeflossen ist, von den Investoren, alle sind auf den Zug immer weiter aufgesprungen. Und wenn man zu viel Geld bekommt, dann geht oftmals die Disziplin im Umgang mit dem Geld verloren. Und damals hat die Branche sich fast ruiniert, durch völlig überteuerte Übernahmen, hat keine Kostendisziplin mehr gehabt und ist dann wirklich durch eine sehr schwere strukturelle Krise gegangen und in Ungenade gefallen bei den Investoren. Das heißt, der ganze Sektor hat jetzt ein Jahrzehnt hinter sich, also Mining generell, und dazu gehören auch die Goldminen-Gesellschaften, wo er in Ungenade gefallen war und sehr wenig Geld von den Investoren bekommen hat. Und dadurch ist die Kapitalisierung, also das dort gebundene Kapital in dem Sektor, sehr, sehr klein. Und die Manager in diesen Gesellschaften haben unheimlich viel Druck bekommen von den Investoren, die Dinge richtig zu machen, also zu sanieren, Schulden abzubauen, die Kosten in den Griff zu bekommen. Aber eben auch im Sinne des ESG, sich zu engagieren, weil das natürlich ein Bereich ist, der da besonders wichtig ist. Und dadurch sind die Unternehmen jetzt sehr gut aufgestellt, der Markt hat es aber noch nicht mitbekommen. Es wird einfach noch nicht honoriert, es wird immer noch Druck gemacht, es wird immer noch gedacht, wird mit dem Geld dieses Mal diszipliniert umgegangen und so weiter. Und um das mal zu veranschaulichen, wie klein der Bereich ist, im Moment, dieser ganze Mining-Bereich, weil das ist immer wichtig für Investoren, das zu verstehen. Wir beide reden oft sehr über fundamentale Dinge, also wie verdienen die Unternehmen ihr Geld und so weiter. Aber an der Börse wird ja das Geld dadurch verdient, dass mehr Geld aus irgendeinem Sektor abfließt und in einen anderen hineinfließt und die Altbesitzer der Aktien dann bereit sind für den höheren Preis, der geboten wird, von denen die neu rein wollen, weil sie es attraktiv finden. So spannend ist, dass man sich von seinem Besitz, von seinem Anteil an der Firma trennt. Und dass Sie mal eine Vorstellung haben, wie klein dieser Bereich Mining ist im Moment. Sie könnten für den Börsenwert von Microsoft im Moment alle Silberminen der Welt kaufen, alle Goldminen der Welt kaufen, alle Minen der Welt kaufen, also die an der Börse sind, im Bereich Basismetalle und noch den gesamten Energiesektor aus dem S&P 500, also alles, was mit Öl und Gas zu tun hat, für eine Microsoft. Dass Sie nur eine Vorstellung haben und das ist auch der Grund, warum ich so positiv bleibe. Die Investoren erkennen noch nicht, dass die Unternehmen solide aufgestellt sind, die Bilanzen sauber sind, die zahlen sogar Dividenden, was in dem Bereich also ordentliche, die inzwischen über dem vom S&P 500 liegen, was in dem Bereich eher unüblich ist, weil das ein sehr kapitalintensives Geschäft ist und man das Geld eigentlich immer für neue Explorationen, neue Erschließungen verwendet. Und es ist auch tatsächlich, der Bereich ist so wenig gekabbert von den Analysten, also da schauen so wenige drauf, weil er noch so in Unknache gefallen ist und so unbedeutend ist von der Kapitalisierung, dass zum Beispiel im Goldbereich die meisten Bewertungsmodelle noch mit einem Goldpreis von 2000 Dollar gerechnet werden. Sie haben also in den Modellen, die die Gewinnprognosen für die Goldminengesellschaften erstellen, um daraus die Attraktivität für den Kauf abzuleiten, die sind einfach gar nicht mehr zeitgemäß. Also der ganze Kursgewinn zum Beispiel dieses Jahr, der ja komplett Gewinn ist auf Ebene der Minengesellschaften, ist noch gar nicht eingepreist. Und das ist meiner Meinung nach immer wichtig für Investoren, sich das vor Augen zu halten, gerade wenn so ein Markt super gelaufen ist. Seit wir das erste Mal darüber gesprochen haben, wir beide 17. März diesen Jahres, das ist zum Beispiel mein Precious Metal Fondsmanager, in den ich investiert bin, 56% gestiegen in seinem Aktienfonds. Und da würden ja viele sagen, oh Gott, jetzt ist es weggelaufen. Aber Fakt ist, die Rotation des Geldes sorgt dafür, dass die Kurse steigen. Also wenn das Geld irgendwo anders abgezogen wird und dahin geht, in andere Sektoren geht, weil man sie als attraktiv verachtet, dann steigen die Kurse. Und dieser Sektor ist so unglaublich klein, da hilft hoffentlich dieses eine Beispiel, was ich eben genannt habe, um sich das zu visualisieren und warum ich auch so zuversichtlich bleibe. Es gibt ja so eine Börsenweisheit, die sagt, Bären mögen oft klüger klingen, aber Bullen machen das Geld. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist auch jetzt noch der richtige Zeitpunkt, um in Gold, beziehungsweise vor allen Dingen auch in Goldminenaktien zu investieren. Richtig? Ja, ich halte den ganzen meinigen Bereich für gut. Das haben wir schon ein, zwei Mal ja hier aufgegriffen. Wichtig ist, dass wenn wir schon so konkret werden, ist mir, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuschauer wirklich realisieren, das ist ein Bereich, der ist sehr volatil. Also da haben Sie wirklich immer zwei Schritte vor, einen zurück, vielleicht auch mal drei zurück und dann vier vor. Also das ist ein Bereich, der ist sehr schwankungsintensiv, aber er ist fundamental zum jetzigen Zeitpunkt extrem attraktiv bewertet. Goldminen historisch im Vergleich zum Goldpreis und da ist wichtig, womit Sie das Interview begonnen haben, man hat halt extrem gute Berechnungsparameter. Man weiß genau, wie die Margen sind. Sie haben im Moment ungefähr 1500 Dollar Förderkosten und der Rest ist Marge und es sind sehr, sehr hohe Margen für den Sektor. Im Mining-Bereich ist es ähnlich. So und das heißt also, wenn man bereit ist, diese hohen Schwankungen in Kauf zu nehmen, ja, weil wann die kommen, das wissen alle, weiß man immer nicht. Und man denkt über ein paar Jahre, dann hat man definitiv einen extrem attraktiven Sektor, gilt für Minengesellschaften generell und für Goldminen im Speziellen. Weil im Goldminen-Bereich, und das ist wirklich das, was mich besonders fasziniert und ich habe meine eh schon sehr hohe Gewichtung nochmal am 9. September aufgestockt, im Goldminen-Bereich und im Goldbereich generell haben wir die üblichen Rückenwindfaktoren bisher eben noch gar nicht gehabt. Also die institutionellen Investoren sind am Jahresanfang langsam angefangen wieder zu kommen. Die Retail-Investoren haben vier Jahre verkauft. Man hatte massive Ausfluss aus den ETFs. Also diese üblichen Rückenwindfaktoren sind noch gar nicht passiert. Und was ich tatsächlich sehe, auch ein bisschen spekulativ für schnelle Steigerungen, ist, dass da FOMO entsteht, die Fear of Missing Out. Also dass die Leute nicht sagen, ich will jetzt unbedingt die nächsten 50% mitmachen, sondern dass sie Angst haben, was passiert, wenn der Goldpreis auf 9.000 oder 10.000 Dollar geht, weil sie sehen, dass die anderen alle Geld verdienen. Und das sind ja so typische Faktoren, wo dann auch das Massengeld von den Retail-Investoren und der Masse der institutionellen Investoren in Bereiche rein rotieren, weil sie sich vor sich selbst oder ihren Investoren bei institutionellen Investoren rechtfertigen müssen. Wir geben ja hier keine konkreten Anlageempfehlungen, aber welche Empfehlungen sich aus diesem Gespräch auf jeden Fall ableiten lässt, ist, sich das Thema Gold und vor allen Dingen Goldminenaktien mal etwas genauer anzugucken. Vielen Dank, das war Stefan Schrader, der Kapitalmarkt-Experte und Portfolio-Manager, von Titus in München. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Schrader. Sehr gerne, Herr Kerscher. Bis zum nächsten Mal.